hey ho und willkommen zu meinem monster world waffenschadens guide in diesem guide möchte ich euch anfängerfreundlich erklären was ist der waffenschaden wann macht ihr den meisten schaden wie macht ihr ihn worauf solltet ihr achten ich möchte jetzt auch nicht groß rum schnacken ich würde sagen wir fangen einfach direkt mit dem video an viel spaß kommen wir zum ersten punkt was ist der waffenschaden der waffenschaden setzt sich aus verschiedensten multiplikatoren und faktoren zusammen ich könnte euch da jetzt eine endlose rechnung hin klatschen die ihr wahrscheinlich nicht verstehen werdet so wie ich es nicht habe es werden bestimmt auch unter euch welche sein die das auf jeden fall verstehen aber ich werde mich mit dieser rechnung jetzt nicht befassen weil ich die viel zu komplex fand und ich euch ja eigentlich anfängerfreundlich machen möchte und zwar sag ich euch jetzt einfach nur mal so den die grund basic sozusagen für eine waffe was ist der waffenschaden der waffenschaden setzt sich aus der affinität eure waffe zusammen aus der schärfe der waffe und natürlich aus dem grundschaden der da steht und den elementarschaden achtet immer darauf dass eure waffen relativ hohe affinität habt damit macht ihr zum beispiel mehr kritischen treffschaden da werde ich aber jetzt auch nicht genauer darauf eingehen das werde ich noch mal in einem anderen video genauestens erklären dann der elementarschaden der sollte immer passend zu dem monster sein das heißt zum beispiel gegen diablo setzt ihr ein eis element ein gegen ein paul muss setzt ihr ein feuer element ein gegen ein uragana wie ich es später in dem video zeigen werde setzt ihr eine wasserwaffe ein und so weiter und so fort damit fahrt ihr schon extrem gut und der wichtigste punkt achtet auf die schärfe eurer waffe eure waffe sollte immer eine schärfe im grünen bereich haben sollte die schärfe rot orange oder gelb sein schärft eure waffe ihr habt einen endlichen wetzstein geht in deckung schärft sie sollte nämlich die waffe im roten bereich sein macht eure waffe nur noch einen schaden von ungefähr 50 prozent im orangen sind es weiß ich nicht 60 prozent und im gelben sind es dann irgendwie 75 prozent ist die schärfe hoch grün blau weiß was weiß ich nicht macht ihr bis zu 100 prozent mehr schaden der waffe sozusagen also achtet wirklich immer auf diese punkte passendes element hohe affinität am besten gute schärfe und natürlich der wichtigste punkt dass ihr eine waffe habt mit der gut spielen könnt das ist eigentlich das a und o geht in den trainingsbereich testet die waffen testet die kombinationen und dann geht es eigentlich an den praktischen teil kämpfring das monster lernt das monster kennen und ich schwöre euch nach und nach läuft es einfach kommen wir nun zu den nächsten zwei punkten wann macht ihr den meisten schaden wie macht ihr den meisten schaden das ist relativ simpel es gibt bei jedem monster nämlich ein paar regeln die ihr beachten solltet eine regel davon ist es zum beispiel dass ihr auf die schwachstellen haut die schwachstellen erkennt ihr daran dass ihr wenn ihr schaden zufügt zahlen auf ploppen und diese zahlen sollten gelb orange sein dann wisst ihr aha das sind schwachstellen zum beispiel es gibt aber auch andere stellen wie beim uragan das werdet ihr im video sehen wo graue zahlen auf ploppen diese grauen zahlen bedeuten dass das monster dort sehr stark gepanzert ist und wir am besten nicht unbedingt dahin hauen sollten wie wir das aber umgehen können ist ganz einfach ihr haut auf diese stellen drauf bis diese teile brechen die teile kann brechen entweder wenn ihr speziell auf diese stellen schaden macht oder durch habe ich es nennen split damage sag ich jetzt mal das heißt die haut auf eine andere stelle und diese stelle kriegt auch schaden irgendwann brechen diese teile und werden zu einer schwachstellen des monsters es gibt aber auch monster die dann abhauen irgendwann mit der zeit und diese stelle sozusagen wieder erneuern regenerieren sich da wieder irgendwie panzerung hinzufügen sage ich mal ja das heißt achtet darauf macht diese stellen kaputt dann habt ihr zusätzliche schwachstellen oder ignoriert diese stellen einfach komplett viel schaden macht ihr mit bestimmten waffen indem ihr bestimmte special moves ausführt ihr werdet das gleich einmal kurz in zeitlupe sehen wie ich mit den twin blades einmal quer über den uragan drüber rasiere diese special moves müsst ihr halt kennenlernen indem ihr zum beispiel in den trainingsbereich geht oder es an bestimmten monstern einfach mal ausprobiert die tun blades in dem fall machen das indem ihr zum beispiel eine steigung runter rennt und dann einfach eine attacke ausführt dann springt ihr auf das monster zu und mit glück landet ihr dann auf den rücken und rasiert da einmal schön drüber diese special moves machen extremst viel schaden und brechen halt auch teile wo er dann wiederum danach vermehrt schaden macht also versucht diese special moves so oft wie es geht auszuführen aber natürlich nur dann wenn ihr euch sicher seid ihr kriegt das auch hin weil solltet ihr es nicht hinkriegen kostet euch das zeit und das monster haut euch im gegensatz dann auch ordentlich auf die fresse nach einiger zeit sollte die demonstrat so viel schaden zugefügt haben dass es sich zurückziehen möchte das erkennt ihr daran dass das monster nun auf der minimap mit einem totenkopf markiert wird das monster wird richtung nest abhauen sich schlafen legen dann habt ihr noch mal die chance dem monster für kurze zeit bonus schaden zuzufügen und zwar wenn sich das monster schlafen gelegt hat nimmt eure stärkste attacke und haut dem monster auf den kopf soweit ich weiß geht das leider nur am kopf mit den trimblades ist das jetzt nicht so extrem viel schaden aber zum beispiel mit einem breitschwert mit einer lade attacke könnt ihr dort ordentlich schaden austeilen dieser bonus schaden ist aber nur für einen einzigen schlag da und wie gesagt soweit ich weiß nur auf den kopf deswegen zieht eure waffe vorher macht die stärkste attacke die ihr habt und dann werdet ihr sehen es kommt noch meine ordentliche damit zahl ja und damit kommen wir auch eigentlich zum dritten und letzten teil des videos und zwar worauf solltet ihr achten guckt für jedes monster am besten einmal im monster lexikon eintrag nach hier bis einmal für den uragan gemacht dort steht drin welche teil er brechen könnt die roten markierungen an dem monster sind die schwachstellen und rechts ist dann noch mal die status sowie die elementarschwäche aufgeführt das wird euch den kampf um einiges erleichtern ja am ende des videos dachte ich ich zeige euch jetzt noch mal kurz das breitschwert und die morph axt habe euch beim breitschwert einmal die stärkste attacken kombination also diese auflade kombination vorgestellt und bei der morph axt zeige ich einmal kurz so eine ganz normale attacken kombination plus elementaren ladungen also im prinzip so die stärkste attacken die die zwei waffen unter anderem ausführen können ja und damit hoffe ich das video dadurch gefallen hinterlassen wir vielleicht ein däumchen wenn ihr noch mehr sehen wollt und ansonsten haut ein paar kommentare raus was ich vielleicht das nächste besser machen könnte vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen was ihr noch wissen wollt deswegen schreibt mir in die kommentare und absonsten sehen wir uns das nächste mal oder rein schau im Vielen Dank.